Okay, gut. Jetzt eure neue Aufgabe. Figur betont, zeichnet mal ein Dreieck, Viereck, Fünfeck, Sechseck und so weiter und zählt, wie viele Seiten hat das Vieleck jeweils und wie viele Diagonalen. Vielleicht zur Begriffsklärung. Wenn ich ein Fünfeck habe, was sind die Seiten? Lilly? Es sind fünf Seiten, aber die weißen Strecken ich gezeichnet habe. Und was sind Diagonalen? Lilly? Nee, es sind nicht die Seiten, die Sie... Nee. Was muss ich machen, um Diagonalen einzuzeichnen? Ja? Verbindung eines Punktes zu welchen Eckpunkten? Was heißt gegenüber? Ja? Alle, die nicht benachbart sind. Genau. Also, von diesem Punkt aus hier habe ich zwei Seiten, nämlich die Strecken zu den benachbarten Punkten und zwei Diagonalen, nämlich die Verbindungen zu den Punkten, die nicht Nachbarn sind. Ja? Also, habe ich so viele Diagonale hier... Habe ich euch denn eine vergessen? Ich glaube, das habe ich alle, ne? Also, Diagonalen sind die Verbindungsstrecken zwischen zwei Punkten, die nicht benachbart sind und Seiten sind die Verbindungsstrecken zwischen zwei Punkten, die benachbart sind. Also, ihr schaut jetzt, wie viele Seiten gibt es jeweils in dem n-Eck und wie viele Diagonalen und wie viele Seiten plus Diagonalen. Und dann schaut ihr mal, ob ihr ein Muster erkennt. Okay? Zehn Minuten. Los geht's. Okay. Ich habe hier mal eine Tabelle gemacht. Wir wissen ja, Tabelle ist keine schlechte Idee, wenn man so Ergebnisse mal zusammentragen möchte. Füllen wir die mal aus. Wie viele Seiten hatten Dreiecken, Viercken, Fünffek und so weiter? Ja? Drei. Ja, genau. Drei, vier, fünf, sechs und sieben. So, aber bei den Diagonalen, wie viele Diagonalen hat ein Dreieck? Liliane, Suse, Wind. Null, genau. Wie viele Diagonalen hat ein Viereck? Lili? Zwei. Ein Fünfeck? Reisende? Fünf. Wie viele hat ein Sechseck? Liliane? Neun. Neun. Und ein Siebeneck? Ja, oder? 14. Okay. So. Habt ihr die Regelmäßigkeiten entdeckt? Ja? Ja. 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 Plus zwei, plus drei, plus vier, plus fünf. Da kommt immer sozusagen eine Diagonale mehr dazu, als vorher dazugekommen war. Okay. Weitere Regelmäßigkeiten entdeckt? Ja? Ja. 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 Es sind genauso viele Diagonalen, also wie viele Diagonalen gibt es von einer einzelnen Ecke aus? Wie viel? Sehr gut. Also ich skizziere mal hier irgendwie ein N-Eck. Ja, ich habe hier eine Ecke, hier sind zwei Ecken, hier hinten sind irgendwie zahlreiche weitere Ecken. Okay? Ich kann ja vielleicht mal ein paar hier reinmachen. Keine Ahnung. So. Also wie viele Diagonalen gibt es für diese eine Ecke hier? Hast du schon gesagt? N-3. Also diese beiden Strecken hier von dieser Ecke aus gesehen sind ja Seiten. Das heißt, es gibt keine Diagonale zu mir selbst und zu meinen benachbarten Ecken. Aber zu allen anderen Ecken gibt es Diagonalen. Das heißt, von jeder Ecke aus habe ich N-3 Diagonalen. Also wir gehen jetzt von der Tabelle, das ist jetzt schwierig, was kann ich mit der Tabelle noch nicht beantworten? Wie viele Diagonalen hat das 47-Eck? Da müsste ich mich jetzt durchhangeln, Zeile für Zeile, rekursiv, um das zu beantworten. Das ist sehr aufwendig. Was wir aber haben wollen, ist eine explizite Formel. Ich möchte 47 in eine Formel einsetzen und sofort die Anzahl der Diagonalen rauskriegen. So. Wie kriege ich das raus? Die explizite Formel. Ich brauche irgendwie einen Zusammenhang von N und der Gesamtzahl der Diagonalen. So. Jetzt hast du gesagt, von einer Ecke aus gehen immer genau N-3 Diagonalen aus. Wie viele Ecken habe ich? N. Also habe ich doch N mal N-3 Diagonalen, oder? Von jeder Ecke gehen N-3 Diagonalen aus und ich habe N Ecken. Du zuckst schon. Ich habe sie wieder doppelt gezählt, also was muss ich machen? Geteilt durch 2. Test beim 7-Eck. 7 mal 7 minus 3. 7 minus 3 ist 4. 7 mal 4 durch 2 ist 7 mal 2 ist 14. N mal N minus 3 halbe. Anzahl der Diagonalen im N-Eck. N mal N minus 3 halbe. Wie viele Strecken gibt es insgesamt im N-Eck? Also Seiten plus Diagonalen. Können wir das mit der gleichen Überlegung uns überlegen? Wie viele Strecken gibt es insgesamt? Also Seiten plus Diagonalen. Was kann ich da machen? Your Amazingness. Ich könnte jetzt plus N machen. Genau. Ich könnte plus N schreiben und das umformen. Siehst du immer noch einen anderen Weg? Nein. Nein. Mit derselben Überlegung, die wir hier angestellt haben. Wir haben hier gesagt, von einem Punkt gehen N minus 3 Diagonalen aus. Wie viele Strecken gehen denn von einem Punkt aus? Insgesamt. Also Seiten plus Diagonalen. Ja? N minus 1. Zu allen anderen Ecken, nur nicht zu mir selbst. Also N minus 1. Wie viele Ecken habe ich? Wie viele Ecken habe ich? N natürlich. Okay. So. Also habe ich doch insgesamt N mal N minus 1 Strecken insgesamt. Alle einverstanden? Oder muss ich noch was korrigieren? Ja? Durch 2 wieder. Genau. Weil ich jede Strecke doppelt gezählt habe. N mal N minus 1 halbe. Kommt euch das bekannt vor? Oder wenn ich die Summe bilde? 3, 6, 10, 15, 21. Kommen euch die Zahlen bekannt vor? Ja? Ja. Das sind die aus der Erbsenaufgabe. Das sind die aus der Erbsenaufgabe. Genau. Die sogenannten Dreieckszahlen. 1, 3, 6, 10, 15, 21. Die Dreieckszahlen, die man mit der Gausschen Summenformel ermitteln kann. N mal N mal N minus 1 halbe, beziehungsweise, wenn man von dem hier ausdenkt, diese Zahl mal die Zahl plus 1 halbe. Ja? Eine Zahl multipliziert mit ihrem Nachfolger durch 2. Die Gausschen Summenformel. Das ist die gleiche Anzahl wie bei den Erbsen. Oder die gleiche Zahlenfolge wie bei den Erbsen und bei der Party-Sekt-Aufgabe. Hä? Was hat die Party-Sekt-Aufgabe damit zu tun? Naja. Eine Person kommt auf die Party. Dann kommt eine zweite Person auf die Party. Die stoßen an. Dann kommt eine dritte Person auf die Party. Jetzt stößt die mit den beiden Vorhergehenden an. Jetzt kommt eine vierte Person auf die Party, die mit allen bisherigen Personen einmal anstößt. Jetzt kommt die fünfte Person auf die Party. Die stößt auch mit allen vorherigen Personen einmal an. Und so weiter. Die N-Ecke sind letzten Endes eine Visualisierung der Party-Aufgabe, weil die Strecken im N-Eck andeuten, welche Personen mit welchen anstoßen. Okay. Gibt es Fragen zu der Aufgabe? Gibt es Fragen? favourite? Gibt es Fragen? Untertitelung des ZDF, 2020